In Innsbruck gibt es am Sonntag die Uraufführung eines Werkes eines Tiroler Komponisten. Aura heißt Christian Reimeyers Stück für Cello und Akkordeon, das im Tiroler Landeskonservatorium erstmals zu hören sein wird. Ein Auftragswerk für das Tiroler Ensemble für neue Musik, das das gesamte Konzertprogramm unter das Motto Dämmerung gestellt hat. Das intime, zweistimmige Violoncello und Akkordeon habe ich sehr anregend gefunden. Überhaupt finde ich, dass Violoncello und Akkordeon eine Symbiose eingehen können, aber auch sehr kontrastisch zueinander wirken. Und das hilft natürlich dem Stück beim Komponieren. Aura für Violoncello und Akkordeon. Die Uraufführung ist am Sonntag um 17 Uhr im Tiroler Landeskonservatorium. Der Eintritt ist frei.